So, Willkommen zurück zu Let's Play Messerweg 2. Interessant, was er da macht. Forschung nennt sich das. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Hübsche Gegend. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Bringen Sie alle in den Schutzraum! Ich gebe Ihnen Deckung, los! Schnell! Alter! Das paralysiert die Leute sozusagen. Alter, was ist das denn? Der ist nicht nur in den Schatten. Ich halte die Person. 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 Wir sind die Vorboten ihrer Perfektion. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor. Ihhh, was wird jetzt aussehen? Zwei Punkte. Brandmoni oder Barriere. Erzeugt für einige Sekunden einen Massen-Effekt-Schild, der eine große Schadensmengen absolvieren kann. Gesperrt. Gruppenmitglied ist nicht loyal. Oh. Nicht schön. Warp. Oder Überlastung. Außer enormen Schaden an Schilden und synthetischen Feinden zu versorgen. Blablabla. Keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe. Deswegen nehmen wir Warp. Warte. Aufladezeit ist halt genauso hoch. Das hat halt nochmal Schaden. Von daher... Sieht gut aus. ... So. ... ... ... ... Morden, sind Sie sicher, dass die Panzerungsupgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsst aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch? Alter, ihr hattet so ein Teil hier stehen. Und ihr benutzt das nicht mal. So ein Mega-Flug. Iiih. What? Warum haben wir jetzt hier Barriere? Ein Moment. Was soll der Mist? So, Entschuldigung. Kann ja nicht sein, dass hier einfach die Reihenfolge geändert wird. Von den Skills. Es gibt nochmal eine globale Cooldown. Heißt, Schild benutzen ist doch nicht so geil. Wenn wir Muni aufheben, resettet sich das. Die Cooldown. Oh. Vorsicht. Ich hab dich gewarnt. Ah, komm. Was soll's? Äh, das. Wir konnten das nicht auswählen. Jetzt bin ich voll aufgeschmissen. Das ist es doch. Ah, sorry. Mit Leertaste. Ich war irgendwie kurz verwirrt. Warum wir den nicht auswählen konnten. Ich hab Enter gedrückt. Es ist aber Leertaste. So, 6000 Credits. Die Kisten finde ich echt langweilig. Keine Feinde mehr. Da ist irgendwie nie was drin. Komm an, wir empfangen alle möglichen Schwierungen. Wir können das länger auf Empfang treiben. Die Kollektoren stören die Kommunikation. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Entschuldigung. Boah, ich bin so schlecht. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Die Geth hatten diese Technologie von der Sovereign. Der unbekannte hat recht. Es gibt ein Doppelkrieg in Verbindung zwischen Kollektoren und Reapern. Holy Shit. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich immer umzugucken. Und Sachen mitzunehmen. Tote Husk. Lebende Opfer. Wie grausam. In der Tat, Leute. Plus zwei Vorbild. Finde ich gut. Das war jetzt lustig. Safe knacken. Ist jetzt irgendwie... Ich hoffe, wir dürfen noch mal ran. An den Safe. Nice, Team. Oh. Das ist die Strafe dafür, dass man so voreilig ist. Schade. Das waren locker 4.000 bis 5.000 Credits. Oder 6.000. 6.000. Das war jetzt. Guten Morgen. aufrechterhalten werden. Computer hacken, machen wir. Das sehr schön war. Einfach und schnell. 3000 Credits. Einfach und schnell. Oh oh. Ich weiß, dass sie durchführen. Nice. Das war Miranda. Kollektoren erhalten. Cool. Artikelstrahl. Warte mal, wir haben doch noch sowas. Rezisions. Lol. Warum haben wir das nie benutzt? Schild. Hab sie erwischt. Wie kriegen wir eigentlich Muni für das Ding? Das hebt er nicht auf. Oh. Oh. Los Bis zum nächsten Mal!